Ich habe mich für BWL Gesundheitsmanagement hier an der DHBW Lörrach entschieden, weil ich Gesundheit an solches schon immer ziemlich interessant fand. Ich war an Medizin immer schon interessiert und auch an der Wirtschaft im Gesundheitswesen, also pharmazeutische Industrie, Medizinprodukte, Hersteller, aber auch was so hinter den Kulissen der großen Krankenhäuser vorgeht und ich dachte, wenn ich das kombinieren kann, BWL und den medizinischen Aspekt, da habe ich dann mich erstmal schlau gemacht, welche Studiengänge ich wählen kann und der hier an der DHBW in Lörrach, gerade in Kombination mit den entsprechenden Unternehmen, hat mir dann am besten gefallen. Besonders am Studiengang schätze ich die Vielfalt unter den Unternehmen, die in meinem Studiengang vertreten sind. Das heißt, meine Kommilitonen kommen von verschiedensten Unternehmen, das heißt Krankenhäusern, von karitativen Eigeneinrichtungen und vom pharmazeutischen Unternehmen. In meinem Unternehmen habe ich die Möglichkeit, in vielen Bereichen mitzuarbeiten und so mein Netzwerk schon während des Studiums zu vergrößern. Ich durfte zum Beispiel im Marketing mitarbeiten und dort konnte ich die Inhalte des Studiums perfekt einsetzen.